und da Ullo LPM start und auch der Tag ja heute mal ohne Matze aber mit Akito das liegt grad Scheiß-Textumpack answer ja mit Akito, der wird jetzt wahrscheinlich auch mal dabei sein, hoff ich mal und ich muss mal kurz die Verbindung trennen Das fängt ja schon gut an, ne? Ja default, weil Textumpack deckt dann zu doll Lo, echt? Ein Bild kleiner Ne, ne Passt schon so ähm, hoff ich mal Nado Jo, Matze kann grad aus Gründen nicht und ich bin doch im Game Mode weil ich Wicked Akito vor allem was gezeigt habe Jo, äh Game Mode, okay Voll gar nicht Ist gerade der Baum gewachsen und vorhin ist dann ein Baum gewachsen, da war ein Lava-Spot drüber, sieht man vielleicht noch oder so Kabel-Kack-Stift ist er jetzt und aus Panik habe ich dann ja genau deswegen war ich auch im Game Mode Wasser zack zack und ja jetzt ist hier so ein Kabel-Kack-Stift das ist auch das Kabel ja, hatte der auch auch Time Out Weiß das nicht mehr? Nö Nö Ja, komm Aki, du halt mal So, ich geh jetzt auf Trunenjagd Nee Na Fick dich Fick dich Fick dich selber Komm, geh hoch doch mal Lalalalalalalala Ich hab schon eine Ist mir doch scheißegal, Fick dich Mit der hat sie dir nicht gerechnet Naja So, äh Wicked, wann bekommst du dein Headset wieder? Wieso höre ich mich so kacke an? Naja, das muss... Voll gar nicht Nein, du hörst dich nicht kacke an, aber im Hintergrund dann immer so Ja, 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 ja Ja, tut mir leid, ja, keine Ahnung, voll behindert Ja, der Metamarkt hat gestern gesagt, ähm also heute oder morgen Ja, Metamarkt, ich bitte dich Also gestern oder heute Oder so Warst du noch heute schon? Nö, ich war heute noch nicht Die schäuben mir in der SMS haben sie gesagt Tun sie eh nicht Eintraf Ja, klar Ja So, ich hab grad im Spinnwegen gehangen Ich hoffe, falls einer zuguckt, der den Roller braucht, der nicht funktioniert, ne Link ist in der Beschreibung Ich pack den Link da jetzt echt rein Ja, mach ich dann, ja, mach ich dann Ja, ja Ja, bei hier, ein Rex-Motoroller Äh, RS-460 Ich mach der erst mal voll werden für sich 50 Kubik, ja Ähm, springt nicht mehr an, aber sonst alles noch okay Und Ähm, ja, alles Originalteile, Pipapo Wer braucht schon einen funktionellen Roller? 588 Kilometer Und, ja Da ist grad ein Slime gespawnt und runtergeflogen Loll Ähm Ja, Werbung machen erst mal Ja Weil du wärst schon immer mal einen Roller von Rickett haben wollte, wo Sein Arsch drauf war und seine fettigen Finger drin waren Meine Wichsgriffe und so Ja, da saß sogar ich schon drauf, ey, halt Oh, jetzt steigt der Wert noch mal um Millionen Zu zweit haben wir nicht drauf gehockt, Alter, dann sind sie noch Zu zweit, so, das beste Wirze, dann fettig, ey Das ist doch eine Ampel anfangen, ey Ich hab schon, ich kann mir schon denken, warum der nicht mehr anspringt Junge, ne, da war, da war so, wir sind so an der Ampel stehen geblieben und das war an so einem Hang, ne, also das Mobil hat sich keinen Millimeter mitbewegt Wir mussten schieben, wir haben auf dem Ding gehockt und haben geschoben Ihr habt darauf gehockt und habt den geschoben, achso Ja, ich hättest gehabt mit dem Bein halt, so anstoßen, weißt Oh Weil das Ding aber nicht von der Stelle gekommen ist, weil die so fett waren Ja, und immer noch Zeit Bier Hä? Als Moin Bier hast du erst gar nicht gereilt, da hab ich nicht verstanden, was der gesagt hat Ja, ja Ja, aber dann so, Bier, ich hab nur Bier verstanden Irgendwann gedacht, wieso Bier, dann bin ich auf Bier gekommen Ah, Bier Nur Bier verstehen willst du Klar Eh, Merdo Schreibt man gerade die Teller im Hintergrund Ja Cool Nicht bei mir Ich glaubst du klar essen Ah, was Nein, kann man nicht Ah, das wird eine kurze Folge, würd ich mal sagen, ja Ja, ja Was ist schon so Abschott, Elfenkampf Jetzt kommt's genau Bei Chris Abschott vor allen Dingen, meine Eltern nennen mich auch Abschott Ich würde so ein Arsch ablachen, wenn das kommt, ey Abschott, Elfenkampf Oh, das wär doch voll nice Was hat er gerade gesagt? Nix Nix, wieso? Ja, was soll? Nix 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 Du musst dir den Arsch rasieren Nix 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 Gaetaute Gutes Nix 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 wenn es das mal geben du du wenn wir später am Ende sind irgendwann mal wenn wir das Jürgen für die und so mal hinkriegen wenn wir am Ende sind dann um gehen wir einfach mit Holzschwertern und Lederrüstung rein oder Landtagswürden kommen die Fickmann und Kuh wir brauchen eine Fackel die man eine Fackel mit der Krieg gesellschaft wir können doch eigentlich auch einfach schummeln wie geil warte jetzt kommt hier ok Pipo was los ach ja sein Name Pipo haben wir eigentlich nur eine Spitzsacke? oh man ich brauch eine Spitzsacke ich hab da eine kann ich die einmal kurz haben ja ich hab nur den Block da weg gemacht so restart ein wenig ich nein nicht Eichenhäus ich brauch oh ne ja guck mal jemand kurz im TS ob Matze da ist ähm ja mach ich ihn ist er mich ja ist er da ist er da? was er? doch ist er flott hallo warte ah der ist gemütet ja ja ähm wir nehmen nämlich grad auf wollen wir den stupst du dir mal jemanden an dass wir aufnehmen hab ich äh warte wir nehmen grad auf äh was wir nehmen grad Skype mit auf ja genau mate oh äh kannst du auf dem Server tun ich hoffe mein Internet hat sie jetzt beruhigt ich hoffe nicht ähm was mein Lappi hab ich mal wieder kaputt geschlagen ich hab eine Festplatte bin grad mit meinem PC an hätt ich mal hehehe also ich bin ja grad mit meinem Handy an ach so ja ja was okay du leckst sogar jetzt hat er echt gelegt ich hab's 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 das ist das ist das ist hallo Matze wo ist klar wo ist klar guck mal wie lange wir noch Zeit haben für diese Folge noch 3 Minuten oh das ist nicht drin maaa ich hab's kein Kiste abbauen wie so oder so ne Kiste voll weit weg das ist mir auch wenn ich da hingehe sooo so 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 sooo geht mal auf Sandjagd Sand ja ich brauch Glas für ich find unsere Wohnung hier so wunderschön alter ja was ne die hat schon was ne irgendwie im Block alter sieht sehr verrückt aus oh wir haben ja neue Spielein oooh rickend ja hab ich gemacht ja hab ich gemacht ja ja du hast es mit der Milka Kugel getrieben ne sei ehrlich ja und kam so ein Bastard raus und Farbe war dominant ne kam so ein Bastard raus ja stimmt schon gegen der Milka Schokolade oooh fett lol das können wir doch anders bauen jaaa ja naja ich komm mal nach Truhen wenn ich nicht verrückt so wie komm ich zurück äh auch noch einen Sand ok kann doch nicht lang gehen hier und Saftlade ja ich denk mal gleich wenn wir die wenn die Aufnahme vorbei ist dann mach ich noch ein bisschen Kabel aber mit einer Steinspitzsacke nein 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 Yes Adam was tut ooo 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 und ich habe überlebt und Prozent und er ist jetzt ist ein reisenspitze nur er hat mit der Ecke Schmuck aus der Trinke und es liegt scheiß Dreck ich bin es ganz unten, soll ich mal eine Kiste sein, bestimmt weil so viele Diamanten nehmen zu kommen ist nicht so schwer irgendwie bis zurück zu kommen, ne, das muss ich sagen ja, das ist ganz komplett vergessen, ne sind auch überall Diamanten, aber die kannst du halt nicht mitnehmen so, jetzt hab ich's ich hab auch noch ein bisschen was gefarmt, gefunden, was auch immer, whatever wie war da so hochschwimmen, achte ich schon machen wir mal eine Kiste Kiste, Kiste ich pflanze mir ein paar Kürbisse NEIN ihr Wixer hat mich angemalt wie behindert das einfach ist ja, Kito, ich weiß, dass du sagen wolltest, wie behindert du einfach bist ich hatte mit dir nein, wollte ich nicht ich bin grad hart am Arbeiten ich bin grad hart am Arbeiten da hab ich diesen OP-Plan einfach gib dir den Shit und da ist die Folge um geiler ja, man warte wie episch das geklingelt hat einfach ja das ist voll geil, oder? ja, ich komm mal zurück ich hoffe alle sind beim Spawn ne ne ja, dann kommt jetzt aber alle zum Spawn das dauert vor langem bis hin ne ne mach einfach beend ne mindestens einer steht beim Spawn das muss immer noch ein zweiter bei der Kamera sein ja, Max ist da und Pipo komm, guck, beide in die Kamera und sagen Schuss ja, also, äh, ich rede so viel äh, vergesst das Bewerten nicht und, äh ja, die Abonnierungen, Leitungen, Fahre zu ziehen ja, genau, da ich herunter wenn, na ja, wenn, 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 wenn ich, ne ja, dann sieht man, ah, das brennt, das brennt, man sieht man nicht mal tschüss 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 tschüss